Hey Freunde, willkommen zum heutigen Raketentest von StarTrade. Ein wirklich schönes billiges Set. Es kostet so knapp 4,20 Euro oder 4,50 Euro, je nachdem wo ihr es bekommt. Enthalten sind 12 Raketen. Wir haben eine Auswahl wie bei den Diabolo-Raketen, fast gleicher Aufbau. Sehr klein, sehr dünn, handlich. Ich denke mal, das werden auch so Art Yorke Skyrockets sein. Aber ich denke mal, zum Warmschießen ideal geeignet, vor allen Dingen für den Preis. Ich gucke mal ganz kurz nach der NEM-Angabe, die befindet sich hinten. Ich muss kurz mal zumachen. Und dann haben wir hier, wo steht es? Da steht es. Wir haben 47,4 Gramm NEM auf dieses kleine Raketenset. Und ich denke mal, wir werden unseren Spaß haben bei der Rocket Party. Und dann sehen wir uns gleich draußen zur Zündung. So, Freunde. Jetzt die StarTrade-Raketen. Grün und rot. Süß. Schüttraketen. Blau. Süß. Und noch eine rote. Na komm. Süß. Ja, Freunde. Kann ich leider nicht empfehlen. Ich dachte wenigstens, die haben keinen Zolle hier, aber... Nee. Also, die sind dann wirklich nichts. So, Freunde. Das war's auch wieder. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Süß. 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 Dücker. Süß. Untertitelung des ZDF, 2020